hey freunde der verrückten gedanken ich freue mich dass wir eingeschaltet haben zu einer neuen folge borderlands 3 in der letzten folge haben uns nun weg jetzt hier herrweiler durchgekämpft sind immer noch auf dem weg maria von lokomöbius zu befreien haben die gedanken von krieg bis zum klingeln gebracht und schauen was er jetzt noch von uns möchte ich muss auch schon verrückt sein denn das habe ich verstanden du willst einen schirm richtig den schirm wo soll das schon sein wir helfen ihnen doch natürlich ja 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 es gibt nur erfahrungspunkte wie gesagt wegen mehr erfahrungspunkte blum 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 das dachte ich mir ein schirm kommt sofort habe ich jetzt richtig gelesen mm mir Cara was ihr habt es hoffentlich richtig gesehen auf der kindern resemblinge comment da bestand auch da jetzt wirklich umbrella er sollte gegen das endlose tropfen helfen den ausdruck mach ich nicht so jetzt sehen wir kommen was weiß über ihn ja wieder mal ein guter einstieg in die neue folge mit dem umbrella ausgewachsener wilder market sind ganz wild also man will doch was die kapette es war hallo vorlaut und dass die strahlungsaktiv wartet mal ich muss ja einmal bis bewahrten jetzt ja sind wir nicht über das alles noch vorlaut um sie vor ich glaube ich tötte mich gerade selber ja ja nichts neues ihr wisst was jetzt kommt also schon noch punkte der kann weg das ist doch erst mal reichen die geben mir mehr geld ich habe schon lange keine legendarien mehr und da das wahnsinnig ja gut warum hast du schon wieder schön schild au Ich weiß nicht, ob die Position hier irgendwie gut ist. Ah ja, schau. Dann komm ich da wieder hoch. Weißt du was? Dir schenke ich etwas. Was? Bitter. So. Immer aufpassen, Leute, weil wenn ich zukomme... Ich weiß nicht. 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 Das kauft mir sicher keiner mehr ab. Na. Ich muss jetzt mal ein bisschen... Ich weiß nicht, früher oder später sowieso alles aus den Händen. probierst du? Einmal messen, einmal schneiden. Jetzt kommt sowas mal aus einem Patienten entfernt. Zu großzügig von dir. Die werden wir als nächstes gönnen. Neue Wächtermarke, können wir auch gleich mit ausgeben. Ja, Chaos-Modus. Ah, machen wir Glück. So, auf in den Bau. Wir müssen sie da rausholen. Hey, da bist du ja. Hab schon auf Verstärkung gewartet. Was hat so lange gedauert, Großer? Du, ähm, du hattest dein Buch verloren. Behalte du es. Ich hab das Gefühl, dass du es mehr brauchst als ich. Das Ding kommt jeden Moment zurück. Bereit? Stehen wir unser Verlangen nach Bord und Totschlag. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Los jetzt. Es ist mir eine Ehre, Schwester. Was wäre der auch echt? Es wird da auch stattfinden. Herzlich das älter! der da auch recht naja höchst du nicht Ah, das war Meier. Ich glaube, die Medias ist am besten gesiegt, weil ich so ein bisschen interessanter passen kann. Vielleicht... Ah, unten. Das klingt im Grunde verwindbar. Die Waffe, glaube ich. Besser wegen. Macht euch mehr Spaß gleich so. Alter! Da mit Meier ist es echt nice, sie zu finden. Da kommt ein Wahnsinn. Geht her. Ah, das ist auch nice. Oh. 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 Oh, oh. 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 ja das ist noch wirklich verräumt was er hier einstellt ja 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 Soll ich dich da rum? Oh, der Kampf ist echt. Sorry, aber das muss jetzt sein. Solange er hier unten steht, muss ich ihn lassen mal verpassen. Auch eigentlich eine Munition. So. Ist halt gut, wenn man die Schwachstelle findet. Danke, Meier, dass man ihn übel gelassen hat. Oh, super. Aber so richtig Einzeige hatte leider nicht ihre angreift. Hab ich... Nein, falsche Kaster. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Nicht Seltenheit nach Tür. Oh, danke. Best Boy Korrosionswaffe. G-Life-Points gehen runter. G-Life-Points gehen runter. Eins, wo du mir helfen musst, ist gegen ihn. So. Wie findest du das, was ich gemacht? all correlate. sake käml. Auch. テale Ein der Auf して 阿 AR AR ja geil wenn es ihn wieder schnappen würde aber da hatte ich noch mal lange zu leben das war für die richtige waffe gleich mal nämlich keine ahnung was ich jetzt alles aufgesammelt habe was unsere zeichen das bett signal oder was wie lokomöbius dann würde ich mich trotzdem für diese folge verabschieden ich hoffe natürlich ich hoffe natürlich hat spaß dabei und schaltet das nächste auch wieder ein bis dahin auf wiedersehen